Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. In der letzten Folge waren wir ja hier so ein bisschen im Gebiet der Dalish unterwegs. Oh, da vorne sind schon wieder Wölfe. Und wir suchen jetzt die goldene Halla einfach mal. Sieht ihr das schon? Nee, oder? Nee, die sieht anders aus, die goldene Halla. Sieht das da hinten? Könnte sie sein. Ja, und dann müssen wir sie zurückbringen. Das wird super toll. Ja, das ist sie. Wir müssen sie zu den Dalish treiben. Ja, jetzt haben wir da vorne Wölfe, ne? Ist ein bisschen anstrengend, die zu treiben, weil sie läuft halt immer vor uns weg. Und sie läuft dann auch immer so ein bisschen, wie sie will. Und man muss immer schön so laufen, dass sie dann dahin kommt, wo sie hin soll. So, genau, da lang. Brich doch nicht nach links aus. Ja, da sollst du gehen. Oh, da sind Feinde. Ups, Entschuldigung. Da war mein Finger ein bisschen kurz. Ey, schmeißt mich doch nicht alle um. Dann schmeiß ich euch um. So. Damit hier mal klar ein Stück ist. Können wir den? Ja. Ich muss mal ganz kurz mein, äh, mir das auf den Ohren leiser drehen. Weil es war doch gerade ein bisschen laut. So, da ist die Halle wieder. Nee, ja. Da lang. Habt ihr gesehen, wie hinten das sich erst jetzt aufgebaut hat? Mei, meine Grafikkarte ist ja nicht so schwach. Habe ich was in den Einstellungen? Ach, jetzt läuft sie wieder nach hinten. So, einmal kurz gucken. Ich muss hier eigentlich nur so leicht nach rechts und... geradeaus. Ja, das sieht gut aus. Quests ist so wie die mit dem Büffel ein bisschen friemelig. Ja, geschafft. Sehr schön. Haben wir geschafft. Vielleicht, Rewe, nehmen wir mal mit. Wir haben ja viel ausgegeben für unsere Spezialisierung. Und dann können wir die Quest auch gleich direkt abgeben. Ja, bitte sehr. Plus drei gab's auf das Wohlwollen. Irgendjemand hatte mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich meistens springe, wo ich nicht springen muss. Das mache ich, weil es mich nervt, wenn man jetzt hier so an solchen Sachen ist. Also hier kommt man jetzt nicht rüber. Aber wenn man immer hängen bleibt, verlangsamt wird, dann springe ich lieber, anstatt mich drüber aufzuregen, dass ich dauernd hängen bleibe. Und es dauert, bis man halt weitergeht. Weil diese Verzögerungen machen mich kirre. Ja, ich weiß, dass ich nicht überall springen muss. Aber solche Sachen, so wie eben, das macht mich kirre. Und deswegen springe ich da rüber. Nur mal so als kleine Erläuterung, warum ich manche Sachen mache. Das habe ich mir einfach in den Spielstunden, die ich das Spiel schon gespielt habe, angewöhnt, weil wenn man das Spiel so lange dann gespielt hat, wie ich es getan habe, und man dauernd kirre wird, dann spielt man es halt nicht lange. Und ihr mögt vielleicht diese Kritik nicht haben, aber ich habe die Kritik, dass es halt einfach, wenn es schon Open World ist und man da springen drin hat, dass die Mechanik vielleicht ein bisschen besser eingestellt ist. Also ich finde es halt einfach manchmal super hakelig. Und gerade in solchen Gebieten wie hier dann auch ein bisschen friemelig und das ist einfach nur ein kleiner Kritikpunkt. Das heißt jetzt nicht, dass es alles scheiße ist. Ich muss mich hier mal kurz auskotzen. Alles scheiße ist, es ist nur eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, die mich dann halt nervt. Ja, ich sage mal nervt, aber nerven ist ein starkes Wort. Also die, die dann negativ auffällt. Und jeder hat ja eine andere andere Kritik zu einem Spiel. Also wenn ihr sagt, euch stört das nicht, dann ist das ja vollkommen legitim. Mich stört es halt. Und das ist halt mein kleiner Kritikpunkt an das Spiel. Also nicht, das meine ich, es ist das Spiel mit dem meisten, also, oder mein Spiel mit den meisten Stunden drin. Ich habe das Spiel ja nicht aufgehört zu spielen. Dadurch. Es war kein Grund, mich davon sozusagen, ähm, zu sagen, nee, ich spiele das nicht weiter. Aber es ist halt so ein Kritikpunkt, den ich habe an das Spiel. So war Belenaris unsere Ewigkeit, wo hunderte unserer Ahnen begraben liegen und wo jene von uns, denen es möglich ist, doch immer ihre Angehörigen zur Ruhe bitten. Obwohl das Land nun zur Allee gehört, haben die Schemlin es niemals eingefordert. Vielleicht hält sie ihr schlechtes Gewissen davon ab, oder vielleicht sind all die unschmeichelhaften Geschichten über elfische Flüche und rachsüchtige Geister ja doch zu etwas gut. Gisarilhüter des Ralaferien-Clans. Ja, hier haben wir auch eine Quest. Wir sollen die Dämonen beseitigen. Genau. Machen wir jetzt auch einfach mal. Versucht nicht, in andere Leute Gräber rumzustochern, ja? Das war ein Hinweis. Ihr seht nämlich, man kann die Gräber, also sie sind zu gelb und randet, man kann die Gräber plündern. Wenn ihr das wohlwollend der Dämonen schaden wollt, solltet ihr das lassen. So, sind sie durch? Ja. Das heißt, wir werden jetzt einmal... Das dürfen wir plündern, die Dämonen dürfen wir schon plündern. Aber alles andere sollten wir erstmal in Ruhe lassen. Ich muss mich nochmal ganz kurz umgucken. Wir werden aber natürlich nicht plündern, wir schätzen ja unsere Ahnen. Wir sind ja selbst eine Dalish. Theoretisch. Hier ist noch eine Höhle. Oh, ist eine Truhe? Meisterhafter, gehärteter Knauf. Cool. Öffnen. Ich finde den Schlüssel zur Unadien-Grotte. Ja. Das ist hier eine weitere Quest. Die machen wir aber später erst. Wir gehen jetzt nämlich zum Hüter zurück und sagen ihnen, dass die Dämonen weg sind. Also ich muss ehrlich mal sagen, auch wenn man das jetzt hier in Spielen oft macht, werden ja Gräber gerne geplündert. Ich finde das einfach generell respektlos den Toten gegenüber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die brauchen das unbedingt noch. Aber man hat sich, wenn wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal, blöd gesagt, die alten Pharaonen, da sind ja sehr viele Gräber geplündert worden. Aber die wurden ja auch so begraben, weil Menschen dort Mitgiften mitgegeben haben, um halt diese Person zu ehren. Und ich finde das halt irgendwie so respektlos, das dann einfach an sich zu nehmen. Klar, der Tote braucht das nicht. Und man mag von den Bräuchen halten, was man will. Aber ich finde es dann halt im Nachhinein irgendwas zu plündern, total respektlos. Oder auch, muss ja nicht nur jetzt kulturmäßig, also, ne, zum Beispiel reicht der Pharaon. Kann ja auch so sein, dass sonst irgendwo jemand begraben liegt. Ich finde das, ich würde das total respektlos finden, wenn man da, weiß ich nicht, also sich einfach respektlos verhält generell. Ich kann das gerade gar nicht so in Worte fassen. Dass man zum Beispiel über das Grab läuft und solche Sachen, weil für einige Leute ist das ja natürlich ein Ort zu trauern. Und auch wenn die Person tot ist und das sie nicht mehr kümmert, finde ich, sollte man gewissen Respekt davor haben. Da ewig geht das nicht. Irgendwann müssen ja Gräber, ich weiß gar nicht, nach wie vielen Jahren Gräber aufgelöst werden. Nach 25 Jahren? Ich weiß es halt nicht. Das verstehe ich auch und ich verstehe auch, dass vielleicht Grabbeigaben nicht so sinnvoll sind. Aber es ist halt irgendwie eine Geste an den Toten, der ja auch meine Person war und ich finde, das sollte man nicht einfach schenken. Ich bin weder ein religiöser Mensch noch irgendjemand, der an super viele Sachen glaubt. Ich bin ja doch, habt ihr schon gemerkt, eher der logisch denkende Mensch. Aber ich finde, bei manchen Sachen sollte man einfach das akzeptieren und annehmen und den Respekt davor erweisen. So, genügend gelabert, jetzt geht's zu Hüter Horven. Die Dämonen sind weg. Sehr schön. Aus dem Jenseits abgeschlossen. Wie viele Wohnwollen gab's denn jetzt? Hab ich grad gar nicht gesehen. Kommt ja immer an der Seite ein bisschen auf. Ja. So. Die, äh, plus drei steht jetzt dort. Äh, jetzt können wir zurückgehen und die Quest, die andere Quest dort erledigen, den Schlüssel zu finden. Macht man beides sofort, also Dämonen besiegen, Gräber plündern und, äh, dann den Schlüssel suchen, gibt's nicht so viel Wohlwollen. Also, so wie wir es angehen, ist es schon der beste Lösungsweg. Ist klar, hin und her gelaufen, muss man halt auch gucken, ob man Lust darauf hat. Aber wenn man halt, äh, das Wohlwollen relativ schnell auffüllen möchte, sollte man hier halt sozusagen dem Wunsch des Hüters entsprechend handeln und nur die Dämonen vertreiben. So, jetzt geht's hier los. Jetzt gucken wir uns hier in Ruhe um. Wir werden ein bisschen Gräber plündern. und gucken, ob wir den Schlüssel finden. Das ist ja störend. So, hier kommen nämlich nochmal Dämonen raus. Noch einer. Andi, die kommt von außen. Die slidet doch nicht zurück. Warum slidet der so? So, kommt mal mit. Genau, lasst den Schrecken dort in Ruhe. So, wir können plündern. Ja, das mit den Kunari in Kirkwall war ja nicht so einfach, die Situation. Und ich bin total traurig, dass wir das mit Isabelle nicht geregelt haben konnten, geregelt bekommen konnten. Hier gab's noch Gold. Aber ja, perfektes Spiel durch Läufe. Weiß nicht, ob man die unbedingt braucht. Ich mag halt gewisse Sachen auf eine gewisse Art und Weise zu erledigen in den Dragon Age Spielen. Aber wir haben's jetzt halt diesmal nicht geschafft. Zumindest bei Dragon Age 2 wir hatten keine Romanze. Isabelle ist uns weggerannt. Ach, das war... Ich glaub, das war ein sehr unvollständiger Spiel durch Lauf. Hau doch den Schrecken und nicht einfach ans Leere. Schlüssel, Griff. So, ein Teil haben wir gefunden. Wir brauchen drei insgesamt. Eine veröldische Speerhaube. Ich hab vor Start der Aufnahme gesehen, dass wir ganz schön voll sind, was das Inventar angeht. heißt, wir werden wahrscheinlich nach der Folge mal schnell nach... zur Himmelsfeste zurückreisen. Wollte grad noch Haven sagen, aber da sind wir ja schon länger nicht mehr. Und einmal kurz das Inventar sauber machen. Vielleicht mach ich das auch einfach aufs Screen nach der Folge. Je nachdem, wie das hier alles passt. Hat dich schon jetzt geplündert? Anscheinend. nicht, dass ich das jetzt verwackt habe. Das wär du. So, Schlüsselbart. Zwei von drei Teilen haben wir. So, können wir noch zerstören. Hier finde ich den Knaufschlag halt super praktisch, weil er betäubt und die Gegner können nicht weckspringen. Oh, Vorreiterpanzerung. Embryum lasse ich jetzt kurz Embryum sein. Gibt hier noch was? Ja, hier ist noch was. Ein Trankwürken. So, hier haben wir alles. So, letzter Schlüsselteil, aber wir werden jetzt natürlich noch die restlichen Geräber zerstören. Ah, ah, oh Gott. Gemeistertes Denkmal. Hier liegt die Asche unseres kleinen Gale. Dein Lachen wohnt in unserem Herzen. Ah, Flechtrebennessel. Flechtrebennessel, Flechtrebennessel. Rebnessel. So heißt es. Auch mal eben für so. Ich glaube, davon haben wir auch jetzt, glaube ich, die erste oder zweite. Also noch nicht so viel haben wir davon gefunden. Auch hier ist noch was zum Plündern. Silberohrringe. Auf der anderen Seite noch was. Anscheinend nicht. Gut, dann werden wir jetzt doch mal die Tür öffnen. Sieht ja schon schick aus, ne? Kannst man ja sagen. Hier hatten wir ja schon. Also auf zur Tür. Erstmal schon. Der Lohn der Entweihung. Ja. Mir ein bisschen leid. Mit tatsächlich ein wenig leid. Aber wir wollen ja schließlich die ganzen Quests hier erledigen. Also, die tiefen Pilze nehme ich mal mit. Wir müssen auch mal wieder Trankaufwertung und sowas machen. Oder uns zumindest mal angucken. Da bin ich immer so ein bisschen schluderig. Gebe ich ja offen zu. Vergesst das dann immer. Ich will dann immer spielen, spielen, spielen und vergesst solche Geschichten. Wir könnten auch mal gucken, ob wir Bianca wieder aufmöbeln können. Ob es da schon was Besseres gibt. Wobei, irgendjemand hat das ja schon mal in den Kommentaren geschrieben, dass Bianca mit Game so ein bisschen abschwech... also schwächer ist. Und das stimmt halt auch, weil man nicht mehr so viel dafür findet. Am Anfang super viel. Zwischendurch halt weniger und zum Ende glaube ich, gibt es noch ein paar coole Sachen, die man finden kann für die Bianca. Ja, und äh... Wir sind ja jetzt gerade mit Game. Das heißt, wir haben hoffentlich was oder finden nochmal was. Dass wir dann halt Bianca auch wieder ein bisschen flott machen können. Sollte denn hier was sein? Ja, seltsam. Na gut. Gucken wir hier nochmal rum. Hier liegt nämlich ein Mosaikteil. Invasion. Hier ist noch eine Truhe. Stumme Jenny. Oh, das klingt nach was für unsere gute Sarah. Ich weiß halt nicht, wie gut jetzt der Bogen ist, aber wie gesagt, nächste Folge machen wir mal so ein bisschen Inventartränke aufwerten und so ein Gedöns halt alles, ne? So, plündern. Siegel des Golems. Ich weiß gerade gar nicht, was das macht. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt ein bisschen Action. Oh, ich habe ein Strabkontakt zu machen. Oder der Bulle war es. Ich sage einfach, der Bulle war es. Oder hinten ist ein Arcana-Schrecken. Hat er schon irgendwen auf den Kicker? Einfach mal gefühlt gewon-hitted. Ich glaube nicht, dass es ein richtiger One-Hit war, aber das ging ja flott. Hätte ich nicht gedacht. Ich sehe hier nichts, ne? Es bimmelt, aber ich sehe nichts. Okay, wir gehen einfach mal raus. Oh mein, du fuß dich auch die ganze Zeit. Super anstrengend. Geht es natürlich munter weiter mit den Gefechten. Yo, ein Wiedergänger! Oh, da hat der Bulle den gerade umgenutzt, oder? Noch ein Arcana-Schrecken. Ich habe kein Arcana-Schrecken gesehen. Ich habe nur einen Wiedergänger gesehen. Ring der verbesserten Barriere. Sehr schön. Und ausgezeichneter Gürtel der Fernkampf Verteidigung. Sehen wir ja auch später dann. Okay, die Quest haben wir erledigt. Wir haben erstmal hier voll das Grab entweiht. Ich würde vorschlagen, ich reise ausgehend schon mal zur Himmelsfeste und wir sehen uns in der neuen Folge dann in der Himmelsfeste. Es gibt jetzt einfach mal eine Inventarfolge mitten in der Woche. Meistens mache ich das ja aus Screen, aber jetzt gibt es halt mal eine. Weil ich halt nicht weiß, wie lange das dauert. Wir werden vielleicht dann noch Kartentisch-Missionen annehmen und so ein bisschen rumtüdeln in der Himmelsfeste. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis der nächsten Folge. Ciao, ciao.